Moin, Johnny und Max hier am Flughafen Tegel. Wir fliegen jetzt mal in die Schweiz, um ein paar Yamahas über die Alpen zu scheuchen. Richtig. Wir sind jetzt hier bei Motobor in Sahnen und haben uns zwei Yamahas geholt. Die eine eine Yamaha MT-09 Tracer und die XJ6 Diversion F für Verkleidung. Und jetzt geht's schön in die Pässe. Wir sind jetzt hier bei Motobor. Wir sind jetzt hier bei Motobor. Wir sind hier bei Motobor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020